Moin Moin und herzlich Willkommen zurück. Mein Name ist Thierrym. Jetzt geht es weiter mit RimWorld. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ja, so langsam kommt wieder Normalität rein. James und Vahra sind leider verstorben. Vor zwei Folgen. Vor drei Folgen. Zwei Folgen. James und vor drei Folgen. Ja, wir sind jetzt dabei, um diesen Multi-Analysator zu erforschen. Medizinherstellung haben wir gerade gemacht. Das werden wir gleich mal auch machen. Dafür brauchen wir, glaube ich, ich glaube, diese Drogen-Labor brauchen wir da. Kann das sein? Ähm, brauchen wir Bauteile. Die Bauteile wird gerade abgebohrt durch Tim. Und dann geht das so langsam zu Neige. Von den Offensichtlichen. Hier haben wir noch was. Und irgendwo hier unten war noch was. Ne, wir gucken doch. Hier war das. Da, da, da. Siehst du, hier sind auch noch welche. Das kann eigentlich gleich jemand einholen, einsammeln. Trag das mal. Ja, die Karriwana kommt auch zurück. Ich hoffe, das passiert mir nicht nix. Wir haben die Dinger nicht verkauft. Egal. Ähm, Neutramin. Wir haben eine Menge eingekauft. Das brauchen wir für die Medizinherstellung. So. Ein Großhändler ist in der Nähe eingetroffen. Gut. Wer ist der Beste jetzt in Sozial eigentlich? Nein. 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 Vier. Wie können wir das sehen? Wie können wir das sehen? Wie können wir das sehen jetzt? Jetzt. Nein. Aber Kies kann das, ne? Jetzt hat sieben. Irgendeiner hatte hier auch noch irgendwas. Ähm, Tim. Tim, Tim. Weiß du was, Tim? Hier, Tim. Sprech einmal. Trockene Futter geht auch zu Neige. Gleich. Jetzt sind die Schweinen da. Ich fass es nicht. Abbruch. Warte. Scott. Scott, 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 Scott. Braun. Und das war Tim gerade, ne? Ja. Tut mir leid, dass ich dich nochmal geweckt habe. Jetzt? Jetzt. Okay. Das kann alles weg. Ne Kuh. Kirche gibt es hier auch. Okay. Was essen die? Ne. Schwein. Was isst du? Stier. Cool. Stier. Aber das Geld reicht alles nicht. Das reicht von vorne und hinten nicht. Stoff. Stoff. Ich kann Stoff verkaufen. Minus. 1200. Ähm. Männchen. Weibchen. Kalkstein. Was habe ich denn jetzt? Und eine Schwein. Ähm. Stopp. Kuh. Weibchen. Und Stieh. Und Stieh. Und Stieh. So. Minus. Keine Ahnung. 250. Was haben wir noch? So viel. So viel. Labrador. Ob wir uns nun Sonne verkaufen? Ne. 400. Ach. Wisst ihr was? Hier kommen. 5. 500. Siehste. Annehmen. Wie süß. Schweinchen. Ähm. Machen wir folgendes. Ich ändere mal die. Zonen. Und zwar. Und zwar. Zonen entfernen. Einmal schon. Arbeitszonen. Nutztier. Nutztier wird bitte sofort hier sein. Nutztier. Weg. Und. Wird ab sofort hier sein. Und das. Weg. Da. Es soll bitte nur. Heu rein. Und da. Es soll bitte nur. Trockenfutter rein. So. Und die Hunde sollen jetzt. Einmal bitte da hin. Gut. Und das regeln wir gleich. Wir brauchen noch. Trockenfutter. Jagen. 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 So, liebe Hunde, wacht auf. Können wir das mal wegmachen? Dankeschön. Sehr schön. Die Tiere gehen auch woanders hin. Den kann ich hier auf Nutztier umstellen. Den kann ich... So, eins, zwei, drei, vier. Schlafplatz, Tiere nehme ich mal weg. Das kann auch einmal weggetragen werden. Hier kann auch mal weggetragen werden. Ja, die Karawane ist zurück. Das ist sehr gut. Wir haben gleich ein paar andere mehr, die hier die Dinger einsammeln können. So. Was macht mein Schönes? Energie haben wir genug. Entwässerung. Entwässerung hört sich gut an. Danke. So, warum geht's hier nicht weiter? Also, weil ich pausiert habe, weil ich genug Heu habe. Okay. Das ist noch nicht fertig. Was macht braun? Genau. Super. So langsam könnte ich ja mal überlegen, einen Schwierigkeitsgrad wieder höher zu machen. Ah, wo war das? Hier war das. Kunstlederunternehmen. Große Lärm. Ist jetzt außer euch. Reicht weiter. Hm? Eins ist schon hier. Ein Mörser. Das ist ja cool. So, das soll jetzt bitte hier hin. Ich kann mal hier... ...dürfte ich mal das Lager haben. Dankeschön. Einmal Lager aufbauen. Äh, verküssen. Ist hier auch Heu oder so? Trockenfutter. Trockenfutter. Rohes Fleisch. Verarbeitetes Essen. Nee. Habt ihr Hunger? Ja, so langsam. Scheiße. Sag mal. Sag mal. Die Kumiko geht jagen, ne? Nee, tut sie nicht. Warum macht sie das nicht? So, jetzt macht sie das aber, richtig? Nee. Achso, falls sie keine Waffe hat. Sag das doch. Hat eine Waffe. Tim darf nicht. Ja. Nehmt mal die Pistole, Scott. Sehr schön. Jetzt fehlt mir nur noch Holz. Einmal. Zweimal. So, jetzt fehlt mir nur noch Holz. Furchtbar. Ich muss ja noch alles nochmal neu einstellen. Wien hatte ich jetzt eigentlich eingestellt? Wer war denn das? Scotty. 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 Ja. Ja. Haben wir eigentlich einen guten Tierpfleger? Fünf. Ja, Tim. Gummiko. Tim kann alles. Haben wir genug Betten? Eins, zwei, drei. Nee, irgendwas haut ich nicht in. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Kies. Hat noch nichts. Dann pass mal auf. Da. Okay. Okay. Mhm. so tut mir leid, dass ich es euch wecke aber ach, Rika kann ja nichts schlafen ist überbewertet ihr seid doch nicht müde, oder? Schwein so Kuh läuft, ne? alles gut, ne? jawoll ok sehr schön freut mich wenn wir jetzt noch irgendwie noch hinbekommen, dass die Tiere noch Trockenfutter bekommen dann bin ich super glücklich das kann das macht fies einmal schlachten, bitte ach, komiko, so langsam reicht's ja, dein Sohn ist tot, ja dein Freund ist auch tot, ja ist müde, ja ja kriegen wir noch alles hin eins nach den anderen was können wir eigentlich eigentlich so so einstellen dass wenn du was hergestellt hast auf dem Boden genau und dann geht das bisschen schneller voran ein Überfall ein Überfall sie werden sich noch vorbereiten zum Rutspringen ok wir haben noch ein paar Sekunden Zeit ähm also leute 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 bevor ihr euch wieder scheiße baut ähm braun ja solange so sich ihr euch da vorbereitet ist alles gut ich muss bloß aufpassen dass keine abhaut ach fuck 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 braun nee ähm wo fehlt was hier ist Strom da oder ich mach da ich mach da braun mach das mal braun oh Tim was macht die hier na Kollaps scheiße und Oh man, Transports-Capsel Na los, Leute, greift mich jetzt an. Na doll. Ist nicht dein Ernst. Oh man, kein Strom. Obwohl Batterien da sind. Hä? Okay. Okay, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Ich brauch euch. Alle. Habe ich alle ausgewählt? Ja, Tim. Ne, anders. Hier kommt die hierher. Tim, du bleibst im Haus. Da kommen sie. Oh, diese Baum ist im Weg. Yep. Und natürlich. Sophie. Ist ja jetzt an der. Äh ja, ich habe hier gehört. Ist ja eigentlich immer noch mehr. Sieg ich. Hä? … 좀 sich. Ist jetzt nicht seine Ernst Ach, rechtes Ohr, abgeschlagen, frisch Oh, mein Gott Okay Stop Gut Haben wir überlebt Gerade so Also so, Leute Ihr seid alle frei Nein, hier Braun, du wirst Kies bitte retten Danke Rika wird sich bitte erholen Macht er gut So, Kumiko Wird ihn einmal ausziehen Und das kann ich mit O machen Einmal ausziehen Dich Wie viel Er ist frei Ich mach wieder ein Gefangenzimmer raus Gut Wer ist davon lebendig? Tod Tod Lebendig Lebendig Charakter Nahkampf Bergbau Kochen Tiere Kunst Nachkampf Gut Nehmen wir ihn Scott ihn Ausziehen Ausziehen Fuego Bitte Tragen Bitte ihn Gefangen Nehmen Er kann ruhig sterben Menössiert mich nicht Ein Aufseher wird benötigt 90% Na gut Anwerbungsgespräch Starten wir mal Schauen wir mal Gut Wird uns wohl wegsterben Wird uns wohl wegsterben Ich stand da nicht gerade tot In 7 Ok Ja Ich beende jetzt die Folge Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Ich würde mich für einen Daumen hoch freuen Ich würde mich für einen Kommentar freuen Ich würde mich für ein Abo freuen Und wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest Also bis dahin Viel Spaß bei meinen anderen Videos Und Tschüssi